Nach hinten schauen, mein Schatz? Ja, das ist leider aber gerade ein bisschen nervös. So, das reicht, Schatz. Ja, rufen raus. Ja, entschuldige uns. Willst du jetzt hinfahren? Da, wo wir mit den Hunden spazieren gehen. Da fährst du jetzt hin. Vielleicht treffen wir ja einen Bern an. Ja, so. Lass den Weg haben wir. Warum bist du stehen geblieben? Oder ein Dachse? Nein, nein. Aber was ist das? 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 Was ist das? Das ist ein Dachse. Das ist ein Dachse. Das ist ein Dachse. Da, wo die Bären immer entlang gehen. So, genau. Du wirst die Schnauze ein bisschen nach vorne isst. Dann guckst du, ob dein Auto kommt. Ja, noch ein bisschen. So, jetzt kannst du fangen. Links auch. Einmal gleich schauen. Nicht, dass jemand da rausgeschossen wird. Kann er aus. Scheiß. Kann er aus. Das kann sein. Pass auf die Kätzchen auf. Oh, kleine Babykätzchen. Oh, Papa. Boah, so gut, dass es auf der Straße ist. Das geht, oder? Mein Mädchen.